Eigentlich ist gerade Wochenende, ihr solltet euch aber unbedingt sofort einloggen und zwar unter dem folgenden Link in Ubisoft Connect, denn es gibt Gratis-Items für Assassin's Creed Valhalla, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnatz und normalerweise gibt's hier geschnittene Videos, jetzt aber eine krasse Eilmeldung, denn tatsächlich ist in Assassin's Creed Valhalla etwas gratis zu erhalten und zwar ein Outfit, was jeder von euch haben möchte, das weiß ich oder fast jeder, das Bayek Outfit. Ja, die Bayek Montur, ich mach mal kurz hier noch diesen Helm aus und zwar ist das Outfit so aussehend, eine ganz geile Sache meiner Meinung nach, hat den Look von Bayek aus Assassin's Creed Origins und das gibt es nur noch heute kostenlos auf Ubisoft Connect. Außerdem gibt es noch, soweit ich weiß, gratis ein Siedlungspaket mit einigen optischen Verbesserungen oder Ergänzungen für die Siedlung, ob es jetzt besser aussieht, das weiß ich nicht. Gratis übrigens das wunderschöne Julfest hier in Valhalla und ich kann nur sagen, ja, ihr werdet euch jedes Mal besoffen einloggen, ihr müsst dann einmal zum anderen Wegpunkt und dann ist aber auch fein, also macht euch da nicht allzu große Sorgen. So, wie bekommt ihr den Spaß? Es ist denkbar easy, ihr geht hier auf den nachfolgenden Link, den ich euch zeige, register.ubisoft.com, happy holidays und das ist die Last Chance heute. Es gibt nicht nur Valhalla Zeug, das Outfit, sondern auch was für Watch Dogs Legion, für Hyperscape, Anno 1701, was für Starlink und eben was für Trials Rising. All diese Sachen sind hier mit drin, das gab es irgendwie vom 14. bis 18. und jetzt ist es nochmal am 19. als besondere Aktion. Ihr kriegt es alles zusammen, wenn ihr es verpasst habt oder so. Ja, ganz süß eigentlich, auf jeden Fall. Lohnt sich hier mitzunehmen, meiner Meinung nach ist es kostenlos. Ihr müsst einfach nur hier auf diesen Link gehen und dann kriegst du die Belohnung innerhalb der nächsten sieben Tage in dein Spiel. Also bei Valhalla kann ich sagen, ich hatte es glaube ich einen Tag danach oder sofort, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das kein Thema, das Ganze, wie gesagt, per Ubisoft Connect. Ich werde euch den Link dazu natürlich nochmal reinklatschen, ja. Das ist tatsächlich auch schon die Eilmeldung gewesen. Dieses Item oder diese Items gibt es gratis für Assassin's Creed Valhalla und weitere Ubisoft Titel. Und zwar heute letzte Chance, wenn man da Last Chance hinschreibt, da muss es auch die Last Chance sein. Vielen, vielen Dank an Hexenkind, der hat das Ganze gepostet unter dem Video. Ich werde euch den Link hier zu den Happy Holidays unter das Video reinknallen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, das heißt, einfach draufklicken, euch mit Ubisoft Connect dort anmelden und dann eben auf der Plattform eurer Wahl ebenfalls mit Ubisoft Connect verbinden. Und dann habt ihr das Ganze schon. Ja, das war es auch schon aus der Schaltzentrale von mir. Ich weiß gar nicht, ob es noch weitere wichtige Neuigkeiten gibt. Ich hoffe, bald kommt es nochmal zu einem Bugfix für Assassin's Creed Valhalla, besonders natürlich das Yule Fest. Ich finde es eigentlich ganz geil mit dieser Schneelandschaft. Ich hoffe, ich stehe da drauf, aber das ist halt wirklich buggy. Und da hoffe ich auf einen Hotfix, dass wir das bis zum Ende des Events, was ja nur noch nicht mehr allzu lange geht, ja, schauen wir mal rein, wie lange geht es noch? 18 Tage, ja gut, ist noch eine Weile. 18 Tage. Wir werden auf jeden Fall morgen Abend 20 Uhr gemeinsam auf Twitch unterwegs sein. Auf Twitch gibt es dann den wunderschönen Livestream. Wir machen das Yule Event fertig. Komplettieren hier die Yule Event Rüstung, die es derzeit gibt. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Wird sicherlich eine geile Sache. Und in diesem Sinne, liebe Leute, kann ich nur sagen, das ist übrigens hier das Yule Event Outfit für die, die es noch nicht kennen. Vielen Dank fürs Einschalten. Kleine Eil-News. Ganz unkompliziert rübergebracht. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Verpasst jetzt das Item nicht, damit ihr euch nicht grün und blau ärgert. Viele haben immer wieder gefragt, ey, Frank Barth, wie kriege ich eigentlich diese Bike-Montur? Und ja, jetzt ist die Möglichkeit zurück. Ich wünsche euch noch das beste Wochenende aller Zeiten. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr auch sowas nicht verpassen wollt in Zukunft. Und in diesem Sinne, bis später. Euer Peter. Und natürlich hier nochmal die Glocke aktivieren wisst ihr ja. Ciao, Leute.